Was ist denn das hier? Da kannst du drehen wie du willst. Das ist ja gar nichts. Geschwindigkeitsraus. Das meinte ich mit, die haben hier ganz schöne Themenfahrten. Das ist eine davon. Da sind die anderen. Das haut dir die Mütze weg. Wenn du so willst, sind hier Waschtruber... Quatsch hier... Hier, wie heißt es denn jetzt? Hier Weingedönster ist ja auch eine Themenfahrt eigentlich. Jawohl. Feuer. Jawohl. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Was tut es denn da? Hm, schön Es gibt zwei Hochbahnen Es gibt die und dann geht es weiter oben noch in das Schmetterwingsbahn Aber da musst du selber trampeln Wolltest du die auch machen? Ja, Abend ist gut Wir haben ja gerade mal Mittag Oder wolltest du später dann nochmal drauf? Danke Ja, Abend ist gut Weil ich völlig abgefeiert habe, bei den Wiesen oben auf der Hochbahn, da gibt es auch die Namen Rosa und Karl.